Diese Helis nerven Noch eine Minute Ach der Scheiße So viel Uni da Der Heli muss jetzt weg Nehmt mir um den Schädel Oh Gott Er hätte wirklich einen Truck Gegen das Tor Ich habe schon mal einen Truck Also einen normalen Pickup Quergestellt als Verteidigung Und wollte mich dahinter verstecken Also habe den richtig gut hingestellt Das sollte nur ein Kugelschutz werden Und dann ist so ein unverschämter Zivilist hergekommen Und habe mir den Truck geklaut Er fährt einfach gemütlich weg damit Das war der Höhepunkt Der Höhepunkt ja unverschämtheit Aber sonst geht es eigentlich So was könnte man hier machen Was ist das denn? Betreten sie das Depot ohne entdeckt zu werden Ach du Scheiße Wir wissen von einem Depot Das die Überlandschmuggel Durch Koani koordiniert Sie müssen dort eindringen Und Kopien der Terminpläder Eindringen Sexy Dann dringen wir da jetzt ein Wenn ich das runterschieße Nix Passt auf Wir haben Feindaktivität Da ist ein Sicario Der Checkpoint da drüben Klär uns im Truck Depot Denkt daran Santa Blanca darf nicht erfahren Dass wir hier sind Es ist stark bewacht Wir müssen uns etwas einfallen lassen Um an den Wachen vorbeizukommen Die Wachen lassen Fahrzeuge des Kartells hinein Ohne sie zu durchsuchen Das könnte hilfreich sein Ja aber trotzdem sehen sie mich Ich habe Kartell Trucks vor dem Depot gesehen Los geht's Roger ich gehe in Position Suche eine bessere Schusslinie Tringen die die? Roger Ziel erfasst Gehe auf neue Position Hab kein Ziel mehr Hm Ich sehe das Ziel Ziel markiert Das Ziel ist weg Gehe in Position Ziel erfasst Bin bereit Was ist mit dem hier lustigen? Alter Kriegt ihr diese Spacken hier nicht? Oder was? Na schön Na schön Was haben wir das machen? Lass mich in Position gehen Roger Ziel markiert So sieht dich schon besser was? Bereit auf dein Befehl Greife Tangos an Die sehen ein bisschen nervös aus Der wird mir jetzt verpfeifen Schätze Oh fuck Hey das ist nicht entdeckt werden Ist doch scheiße Einfach alles platt machen Ist wesentlich chilliger So Auf geht's Also Da muss er irgendwo Nebeneingang sein Oder ich komme unverschämt von oben Das müsste ja auch gehen Die Drohne ist oben Da ist noch ein Tango Hab die Rebellen gebeten Die Gegend aufzuklären Also ein paar muss sie loswerden Das sind zu viele sonst Ziel erfasst Hab das Ziel Tango getroffen Da ist sicher auch nur einer Oder? Was halt Wo geht's denn da rein? Hier nicht Hier nicht Hier nicht Hier nicht Hier nicht Da könnte man rein Da sind Zivilisten Part genau auf Wo ihr hinschießt Aufpassen Wir wollen keine Zivilisten töten Weniger da sind Desto besser So Dokumente Brauche ich auf jeden Fall Es gibt ja sicher Irgendwelche Zettel Oder so ein Zeug Ich denke Ob hier Weil es irgendwo Ruhe rein kann Hey Sicario mit Maschinenpistole Sag mir wo Bei dem Container Das sind ja ein Haufen Hier Die Rebellen gebeten Die Gegend für uns Aufzuklären Hm Mit dem Problem Den kommt man weg Den und den Es müsste gehen Es müsste gehen Dass die nicht auffallen Dann haben wir wieder Drei weniger Tango getötet Das geht So und wir gehen jetzt Warte mal Da kommen wir rein Definitiv Da habe ich alle Vor der Nase Oh nicht Irgendwie Ich gehe in Position Wenn der raus geht Könnte man den auch noch mitmachen Ich habe das Ziel Nicht reingehen raus Du Tätel Die sind innen drin Ja der muss jedenfalls weg Das geht schon Zieler fest Brauche neue Position Okay Aufatmen Scheiße Geht so Abschuss bestätigt So und jetzt rein 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 Dokument Ich muss da rein Oder was Ach der Scheiße Buh Nicht jetzt Echt jetzt Ich muss mit denen rumwerken Nice Uah Ach alter Das ist doch scheiße Dieses nicht entdeckt werden Ist doch wirklich ein Dreck Das ist doch wirklich ein scheiß Auftrag Einfach hunderte Feinde Was weiß ich Das stört mich weniger Aber das ist doch ein scheiß Mann ehrlich Das ist doch einfach nur ein scheiß Drohne fliegt Ja so ein Kack Auftrag Auf deutsch gesagt Habt ihr Rebellen gebeten Die Gegend aufzuklären Ach mühselig Ich renne da jetzt einfach rein Und baller um mich Weil jedes Mal da alle Umnäten Leise Das bringt es ja überhaupt nicht Das ist ja volle Zeitverschwendung Aufpassen Wir haben Gesellschaft Ich sehe einen Narko Am Checkpoint Ne Äh Ich glaub 21 oder so 23 so Aber 22 ist in Sicht Aber ich Miet jetzt sicher nicht alle Nochmal um Weil das Ist viel zu viel Zeit Für den Arsch Das was nötlich ist Mache ich Und den Rest Können wir mal So Also Musst weg Ich komm mal weg So das reicht ja schon mal Hab ihn Ach schein Das ist aber keiner Warten der Der war hier irgendwo Ziel gesichtet So Und jetzt muss ich mir mit denen Da Äh Wir haben sie aufgescheucht Was ist denn jetzt wieder Ist das ein scheiß Auftrag Ehrlich ey Das ist der beschissenste Auftrag Im ganzen Game Ach so ein Arsch Auftrag Ey Mit keiner Mission Hab ich nur so einen Nerv gehabt Wie mit der da Das ist so eine Drecksmission Ehrlich ey Geräuschlos reingehen Ist doch echt der letzte Dreck Ey Der Marsch da hinten Höre Scheiß auf Unitab Das nervt Das nervt einfach nur So ein Drecksauftrag Ey Es ist einfach nur zum Spieler nerven Solche Trottelaufträge Ey Irgendein Arschloch Sieht dich doch immer Ey Hey Kartellschütze Wenn da jedenfalls rein Werdet Das ist uninteressant Wenn ich da hundertmal Alle Unmitte leiste Das bringt ja nix Nur eine Zeitverschwendung Kann man da nicht drüber schießen Geh in Position So da ist ne Rotzpippe Da ist ne Rotzpippe Ziele verkehrt Der Tango ist hin So das müsste gehen Die Frage ist nur Wo muss ich überhaupt hin Eigentlich könnte ich ja gleich hier reingehen Hä Die zwei da müssen weg Der ist nicht das Problem Ein Unitat Vogel Aufpassen Roger ich gehe in Position Warte die nicht irgendwie Brauche neue Position Ist klar Gehe in Position Roger Ziel erfasst Kann das Ziel nicht mehr sehen Probier das jetzt mal so Aber das wird nicht gehen Weil die im Gebäude sind Wahrscheinlich Ein Granat Da wird man auch nix bringen Weil die macht nur Lärm Zu ein Dreck Lol Die sitzen hier jetzt rum Ja drei Affen Nee Irgendeiner macht mal Lärm Wenn die da jetzt rein geht Ja der eine der geht Ja wieder nicht Der schleicht sich Das ist schon mal gut Mein Ziel ist weg Echt jetzt Der steht an derselben Stelle Hier Affen Also wie die anderen Spacken Drei Deppen Drei Deppen Ey Aber damit der dritte Der ist ja abkauft Eigentlich nur die zwei Spastiker Da Werte wohl mit zwei Spastiker Fertig werden Ja wo mach du nicht so Lärm Ach komm ey Ich scheiß auf diesen Auftrag Ehrlich ey Das ist doch ein scheiß Auftrag Mann Das ist so nervig Ach so ein scheiß Auftrag Leute Ey Ich hasse das Einfach alle umnicken Das kann doch nicht so schwer sein Ist doch scheiß egal Ob die lieben oder nicht Brauch du keine Solche Pisser Boah ist das nervig Ach so Ey so ein scheiß Auftrag Habe ich in über 80 Stunden Gameplay Noch nicht gehabt Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können Augen auf Das ist so drecksnervig Einfach nur Ey Ich war so am Arsch Dieser Auftrag Ey Geh schon ich komm nach Schleich dich Zivilist Sonst bist das gewesen Ich bin echt schon pisst Auf diesen Auftrag Ich setze Drohne ein So ein Hurensohn Auftrag Ehrlich Habt ihr Rebellen gebeten Die Gegend für uns aufzuklären Geh in Position Eine gute Position Ich sehe das Ziel Geh auf neue Position Ah da ist noch ein Wichser Verstanden Unterwegs Können loslegen Es ist nervig Es ist so nervig Dieser Auftrag So scheiß nervig Wo sind denn diese Behinderten Ein Behinderter Zwei Behinderter Drei Behinderter Auf den Haufen Die kriegst du doch nie Rechtzeitig Ohne dass einer Lärm macht Ey Ist ja kein anderer Eingang Das ist doch scheiße Der eine verpisst sich eh Verstand Such eine bessere Schusslinie Geh auf neue Position Müsst ihr da zusammen Ey Hocken wie Wie Ghetto Kids Seid ihr gay Oder was Weil ihr immer zusammen seid Was ist denn mit ihm jetzt Will der mich verarschen Ey Ist das ein Hussu Auftrag Ohne Scheiße Es geht mal am Sack Ey Dieser Drecksauftrag Er war so schwer Am Sack Gerade Bei den Rebellen Ein Fahrzeug bestellt Ich schnauze voll Jetzt ehrlich Ist mir Alter leck mir am Arsch Wo werften ihr die Karre ab Kann ich in die andere Richtung rennen Hab ich das andere Auto Ja Ja Aber ich kann ja da nicht rein Weil Keine Ahnung Wir sind ja im Weg Das ist das Problem So ein Scheiß Auftrag Hab ich noch nicht erlebt So ein Scheiß Auftrag Hab ich noch nicht erlebt Ich muss die Position wechseln Okay Ziel markiert Bereit für den Angriff Tango getroffen So die drei müssen mal sowieso weg Verdammte Hurenzöne müssen auch wie Schwuchtel nebeneinander stehen Ey oh ne Scheiß Such mal jetzt irgendeinen anderen Eingang Das ist so ein Witz sowas Wir machen wieder mal einen Cut Wenn es euch gefallen hat Abonniert mich Liked mich Schreibt einen Kommentar Ich würde mich wirklich drüber freuen Bis zum nächsten Mal Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss Tschüss Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018